okay wie ist okay da sind wir jetzt gestiegen was ist das normal das ist beim verbrauch von energie werden alle spieler gehalt da kann man warten da kann man definitiv warten finde ich definitiv jetzt nicht tragisch möchte definitiv warten ich bin die anrunde sind die anrunde kind aber wenn man dann auch noch die spezialding dann auch noch aus noch zusätzlichen mehr schaden ausdaten können dies ist dies wäre es weiß nicht ob sich das dann wieder alles ausgeht dass man beides nehmen können aufs maximum das glaube ich hier weniger das glaube ich wirklich hier weniger dass man das ausreizen können aufs maximum also werden wir dann im endeffekt der hinsicht will ich immer am liebsten gleich auf 70 sein in dem fall auf 50 aber kennt man kennt man definitiv zu gut als recht man so welche games wenn man am liebsten alle fähigkeiten aber das ist ja das geile wenn man einfach so darüber nachdenken kann ist das was ist das nichts kann sollte ich mir das nehmen sollte ich mir nicht ist schon geil wenn man so ein bisschen drüber nachdenken kann ich bin挺 ich bin挺 you ist schon was farnes ach komm ich schon die nächsten na komm ein sec sehr gut sehr guuut wie ist doch denn Geh' noch, bist du teppert? Mehr ist genug? Geldmäßig? Wie wär' man nie im Chaos-Turm drin gewesen? Leck' mich am Arsch! Leck' mich! Gefühlt wirklich noch nie im Chaos-Turm. K-minus. Nix. Wahrscheinlich wär' ich schon längst auf 1.4. Hab' aber noch nicht geschaut. Chat! Kommt ihr Wichser, kommt! Mit meinen kleinen Mini-Kugelchen! Ich fake' euch alle! Ooooooh, ja! Ist... Ist Schemeiergang, ist Schemeiergang. Irgendwann triff' ich eh wahrscheinlich auch die Kisten. Wahrscheinlich lieg' ich, Oida. Mit dir Reichwerten, Oida. Leg' mich am Arsch! Juff'ui! Oida! Aber volle Wisch! Aber volle Wisch! Nichts wieder, nichts wieder! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So! So! Nix! So! Ja, voll! Ich muss ja als erstes und dann kann ich es dort raus! Passt! Passt, passt, passt! Bin eh schon unterwegs! Bin eh schon unterwegs! Oh! Alles wird mich insgenommen! Einfach noch grad' aus und tschüss! Puppalli! Biss ich eh schon den roten Punkt! Bin schon unterwegs! Bin schon unterwegs! Alles mit der Ruhe! Einmal! Zweimal! Und hier ist er eh! Er ist eh, Oida! So scheiße gehen der Huren! Boah, der war jetzt aber wirklich flott! Na ja! Der hat ja wirklich gar Schauss gehabt! Und dann, wenn einer mit meinem Blutdurch daherkommt, Oida, dann ist der erst recht gefickt! Dann kann der heimgehen! Dann kann der safe heimgehen! Hihi! Nekunst! 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 Das ist nicht schlecht! Das ist ein godes Wiktor. Ich geh jetzt auf immer. Ja, ne sicher, safe. So, meine kleinen Kugelchen kommen auch da her. Damit wir dann einen zusätzlichen Schaden machen können. Alter, wenn das Stufe 3 wird, bist du ebbert. Ah, dann können wir sie dann schon ausschnallen vielleicht. Dann können wir sie dann wirklich schon ausschnallen. Teleportation vielleicht weg. Etc. Die Kugel mit unseren Meteoriten, die wir dann weggeheben haben, vielleicht für später. Das müssen wir dann auch noch kontrollieren. Das ist ein guter Wahre ist, oder nicht. Ach, knapp. Knapp as fuck. Knapp as fuck. Aber was so ist. Ja, nein, ja, nein. Knapp as fuck. Wow, Alter. Oha. Geht gleich auf Mutter, Alter. Legt mir mal. wirklich mal was bessere ist. Alter, ich glaube, ich werde schwach. Ich glaube, ich werde schwach. Na gut. Da, Digi. Nimm und legt mir mal. Götterfertigkeit. Ja, wenigstens eins. Na, Gott sei Dank. Ja, machen wir auf Stufe 2. Marschala. Du, ich teste es dir, weil ausnutzen. Na, warte, kann ich gar nicht ausnutzen. Boah, ich habe sogar 10. Nimm mich. Bruder, 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 Bruder. Scheiße drauf. Ich steppe, dann scheiße Wicke drauf. So, ihr Wichser, kommt her. Na, kommt's, na, kommt's, na, kommt's. Was ganz genau, dass ihr das seid? Was ganz genau. Ja, wir kommen dann schon langsam zum Boss. Also, na, na, gar nicht einmal. Gar nicht einmal. Ich glaube, wir müssen da ganz... Ja, das ist... Ich denke schon wieder zu weit. Oder? Ja, ja, na, 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 na. Dann muss man dann wirklich da rechts dann auf den Berg dann... Ja, ja, und dann ist das Ende. Ja, ja, was schau, ich was schau, ich was schau. Ich bin zwar deppert, aber so hin und wieder deppert bin ich auch wieder nicht. Ah, wieder Standard, Standard-Beginn. Ne, kommt, ne, kommt. Jetzt aber auch wieder schnell gestiegen. Ah, man sieht schon immer seltener den Tausender. Man sieht schon immer mehr den 2.000er. Ah, das war... Das war jetzt aber... Puh. Heute war eine knappe Geschichte. Äther-Strahl. Alles klar, zeigen wir mal hier. Huch. Boah. Wollen wir jetzt... Am Anfang haben wir ein Glanz-Klick gehabt. Na, immerhin. Wenigstens einmal. Ah. Das ist ja auch wieder jedes Mal hinlenken. Das geht mir auch wieder aufs Arschloch. Das ist ja jedes Mal hinlenken muss. Ja, das ist... Na, na. Na, taugt mir gar nicht. Taugt mir gar nicht die Fähigkeiten. Na, 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 na. Taugt mir gar nicht. Taugt mir gar nicht. Die Fähigkeit taugt mir gar nicht. Das taugt mir gar nicht zu. Überhaupt nicht, meinst. Erstmal herumschalten. Das geht mir am Arsch. Warum die da nicht so irgendwas Automatisches gemacht haben bei ihrem. Verstehe ich nicht. Dass man da extra mit dem rechten Stick da ein bisschen herumtut. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Rollen und so alles gut und schön. Aber ich spüre ja keinen Ego-Shooter. Weißt du, was ich meine? Dass ich da jetzt extra den Stick da bewegen muss. Wenn dann ganz selten... Na, das ist... Das taugt mir gar nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Das haben sicher auf dem PC viel geiler rüberbracht. Die Bewegung da. Viel geiler. 100%. 100% viel geiler rüberbracht. So, ich glaube, das ist... In dem Fall der Magier, glaube ich, ist so richtig eine PC-Steuerung. Also richtig Hardcore-PC-Steuerung. Weil da taugt mir das... Das taugt mir gar nicht. Und sicher irgendwie auch so extra oder sonst was. Also sie sich leichter tun. Außer eine Taste oder sonst was. Das ist so eine PC-Steuerung. Wo sie tun sich auch scheiße. Das kann auch möglich sein. Also sie hätten sie dann aber auch laufend... Laufend das Ding ändern müssen. Dass man sagt, Heast, es gibt ja nur so ein extra Berg. Wo es dann ins Automatische geht jedes Mal. Statt dem extra herumzutrücken. Also sie müsste dann auch gleich am Anfang kommen. Und man sagt, okay, passt. Einmal schwach aufs Automatische. Einmal mittlerer, einmal stärker. Geben wir mal, Alter. Geben wir mal, Alter. Kurz googeln und sollen was erreichen, Alter, in ihrem Leben. Gibt's ja nicht. Alter, da tobt sich's. Da tobt sich's. Alter, da geht dann hin und wieder und wieder was weiter. Alter, geh ich die ganze Zeit richtig, oder was? Hab ich doch gehabt, Alter, komm schon zu irgendeiner geilen Kiste, oder? Und gehen wir weiter und weiter und weiter. Alter. Teleportation ist schon geil. Das ist gut. Weh, der gleich wegfliegt. Legt mich am Arsch. Er fliegt ja 10 Kilometer, Alter. Kann ich schon von weitem schüß-papa sagen, oder was? Diese Geräusche ständig. Taugt mir. Geh entweder rauf oder runter. Egal, ich bin trotzdem gefickt, oder? Wieder eine kleine Gargoyelkönig, der auch noch dazukommt, oder? Der Huren. Immer extra Teleportation. Immer Sonderwünsche, der Huren. Oh, ja, da kommt aber eine schöne kleine Welle. Das ist schnell gefickt, bis zu her. Ja, es geht aber eh. Es geht aber eh. Es geht aber eh. viele kummern was dort muss doch das schon teilweise sogar extra fähigkeit braucht gebiete jetzt wirklich brenzlig geworden wäre oder blitzen schießt aber keine stelle ist eine kombination wir sagen erst recht wenn es ein großer ist Leck mich, der ist viel gewesen. Moin Digi, servus grüß dich. Alles Paletti, wie geht's dir so? Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Und mir ist schon so gefreut gehabt auf dieses Wochenende. Dieses Wochenende wird einmal so richtig, wieder einmal so richtig viel zockt. Zwar Sonntag dann eher weniger, den halbsten Tag. Aber es wird einmal so richtig gescheit zockt einmal wieder das Wochenende. Und das feiere ich so dermaßen. Also Samstag wird fast durchgehend zockt. Bin so motiviert. Bin so motiviert. Heute mache ich mal wieder den nächsten Charakter fertig. Dann spiele ich wieder ein bisschen Spider-Man. Also ich hab so viel Zeit der Welt. Ich hab so viel Zeit der Welt jetzt. Ein Wahnsinn. Ich kann mich nicht bewegen, oder? Scheiß drauf. Bewegt dich, oder? Bewegt dich? Hey, mein Flamme, ja viel stärker, oder? Geht's schießen, oder? Ich hoffe, dir geht's auch gut, oder? Wie war denn die Woche? So hast du es gut überstanden? Bei mir ist es urschnell vergangen, Gott sei Dank. Na, nicht leben, aber ich feiere es wirklich in letzter Zeit. Ich feiere es so dermaßen, dass ich so viele Spiele vernachlässige. Ich bin einfach voll reingekippt, oder? Jeder Stream in letzter Zeit ist fast nur Chaos bei ihnen. Ich feiere es halt einfach. Ist eh schön, dass ich mir im Wicke immer wieder sagen kann, Alter. Ah, das klingt gut, das klingt gut. Ist wirklich schön, dass ich mir wieder einmal seit Lange sagen kann, boah, Brudi. Ich kippe einmal so richtig immer wieder in ein Spiel rein, wo ich so richtig unerwartet aber reingehe. So richtig unerwartet, dass ich sage, ja, geil. Und weiter. Und dann denke ich mir so, bäh. Aber sowas von. Es tut mir weh, aber sowas von. Bittere Wahrheit. Bittere Wahrheit. Na, aber es wird eh kommen. Es wird kommen. Ähm, wie gesagt, ich will mir da nie einen Stress auch tun oder sonst irgendwas. Wenn ich sag, wir spülen, dann spülen wir. Aber dann wird es richtig gespült gehabt und nicht halbherzig. Wenn es was, wenn es was, was ich meine. Ihr willst nicht irgendwie starten und dann sagen, ja, jetzt starten wir. Macht ein paar Missionen, zwingen mich da irgendwie durch oder sonst irgendwas. Sondern ich will mich wirklich auf Red Dead freuen, dass ich wirklich sagen kann, Herrslein, jetzt spülen wir Vollgas Red Dead, ohne irgendwie jetzt im Hintergrund zu bedenken. Ah, scheiße, ich muss das und das und das doch erledigen und dann vernachlässige. Weil es für mich nicht wirklich so Priorität hat, etc. Es wird noch kaum, ah, wenn es vielleicht sogar noch einen Monat dauert oder sonst was. Es dauert halt ein bisschen. Wie gesagt, bei mir ist es halt einfach so, dass ich halt nicht dauerhaft zock. Also, also dauerhaft streamen tue. Und da tue ich halt natürlich dann traue ich halt umso länger mit den Spielen, ist eh klar. Wenn es nach mir ginge, wäre ich am liebsten dauerhaft im Stream. Aufstehen, streamen, schlafen gehen, kein Stream mehr. So, so gefühlt quasi. Wir am liebsten nur im Stream. Scheiße auf die Hocken und streamen. Aber das ist auch nicht das Wahre. Irgendwann wird es da auch zu gedeppert. Irgendwie brauchst du doch ein bisschen Abstand von dem. Oder ist man dann auch wieder froh, wenn man dann motiviert ins Wochenende einsteigt, dann einfach mal mit der Community wieder vereint ist. Einfach drauf loszocken kann. Das ist schon, das ist wirklich viel wert. Das ist wirklich, wirklich viel wert. Weil man einfach dann im späteren Sinne sagen kann, boah, Digi, ich freue mich einfach aufs Wochenende. Ich bin überhaupt nicht demotiviert. Ich warte schon die ganze Woche drauf. Ihr wartet schon die ganze Woche drauf. Und ab geht die Fahrt. Ah, geht's gut. Gut, ich habe ihn jetzt angewöhnt, dass er jetzt beginnt zum Schreien. Habe ich ihn jetzt angewöhnt. Ich schreie ihn dann so an. Ich tue ihm so teilweise teutend, da muss er mir immer ausschreien, damit er was kriegt. Finde ich so lieb von ihm. Jetzt hat er sich voller Wäsche angewöhnt. Und jetzt beginne ich uroft zum Schreien. Miu, 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 Miu. Voll lieb, voll lieb. Maschallah, die magische 666. 6 Magi 6. Ruf mich an, heute Nacht. Das wird ab sofort ein YouTube-Pornokanal-Katja-Krase-Witze. Ich sollte, ich glaube, ich sollte langsam mit Musik beginnen. Irgendwie in die Richtung. Definitiv. Es wird langsam soweit. Bei manchen beginnt das, und mit Onlyfans, definitiv. Ich zeige so ein bisschen sowas von meinem behaarten Sack. Ich zeige so ein bisschen was von dem eingeschrumpften Sack von Toni. Ich zeige vielleicht die Nippelchen her von der Easy. Es kann alles mögliche passieren in Onlyfans. Ihr könnt es nur erfahren, wenn ihr zahlt. Monat für Monat. Maschallah. Und kommt die meine WhatsApp-Gruppe. Das ist auch noch wichtig. Ohne die WhatsApp-Gruppe geht gar nichts. Ja, die braucht nur einen Socken herzeigen. Und die Leute wichsen schon drauf, glaube ich. Da reicht nur ein bisschen Socke oder sonst irgendwas. Oder eine geschissene Unterost. Das reicht schon vollkommen, gib bitte. Da gibt es mehr als genug Coverer. Die wirst du es sich schon gönnen. Na, die Discord. Na, na, na. Discord, das gibt es nicht. Das gibt es nicht in der Welt. Na, 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 na. Das... Na, das... Das kenn ich nicht. Das gibt es nicht. So einfach quasi, was ist das? Ah, kurz durchstöbern. So, haben wir da was? Na, da haben wir nix. Wo waren wir da jetzt? Ah, ja, voll da haben wir jetzt diese... Ja, gib bitte. Jetzt hat er einen magischen Tornado, Alter. Leck mich am Arsch mit dem Huhnstornado, Alter. Der war jetzt auch nicht wirklich das Wahre. Was heißt der Frühschlag, Alter? So zu stepen, Alter. Hier gibt es keine Frühschläge. Vermieden, 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 Alter. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich sollte aus der Gehe aus... Aus dem Bereich, Alter. Das ist... Schaut ein bisschen zu krass aus. Alter, die wollten nicht... Oh, Alter, jetzt enttäuscht es mich aber schon, Alter. Haben wir doch gehabt, dass wir machen... Entweder oder, Alter. Wenn dann alle oder gar keiner. Was? Äh, sorry. Hab schon was vor. Oh, Maschallah. Da brauch ich gleich meine Blitze auch noch, Alter. Und mein Flammenwerfer, Maschallah. Jura, gewähre stolz. Kommt schon was Gutes raus. Alter, wie der immer nachgereicht wird, Alter. Scheiß Wichser. Ja, ja, dann kommt schon wieder der nächste Huhn, Alter. Super, Alter. Warte, meine Minikugeln und Tschüss. Seid ihr alle weggeflext. Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Sie haben das DLC verschoben auf 2022, die Wichs, Alter. Die da bloßen ihr Leben gar nicht mehr, Alter. Seid Active Vision immer dabei, Alter. Sitzen sie nur noch auf der fallen Haut, Alter. Kommt es mir so vor. Alter, die haben schon wieder das Huhn-Stil sich verschoben. Wollte mir auch wieder denken, Alter, legt es mir im Arsch. Sie haben ja den Jahresplan, haben sie hergezeigt, damals für 2021, 22, 22 und 23. Jetzt haben sie das schon wieder liegen gelassen, Alter. Müssen sie es jetzt schon verschieben. Jetzt schon, Alter, es ist Februar, Alter. Müssen sie es jetzt schon verschieben. Sie wissen es jetzt schon, dass es verschieben müssen, Alter. Weiß ich jetzt schon, dass es schmutzig ist. Weiß ich jetzt schon, dass es nur reinfallen werden kann. Also, die ruhen sich viel zu viel aus. Bekte Vision, viel zu viel. Ich meine, bei Banshee. 100 Prozent. Oder sie haben jetzt nicht mehr so viel Druck in der Hose. Das kann auch möglich sein. Vielleicht denken sie sich so, Maschallah, jetzt sind wir eh unabhängig. Die Marke gehört uns. Scheiß drauf. So quasi. Machen wir es einfach nur irgendwie. Bringen guten Content noch irgendwie zustande. Und dann, ja, Destiny 3 und eine neue IP ist eh schon am Start. Da macht es ja nichts mehr. Weißt du was, das Scheiße drauf und gehe auch auf einmal nicht da entlang. Warte, 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 warte. Ah, Scheiße, warte, jetzt komme ich wieder. Scheiße, dass ich nur die Scheiße Teleportation habe. Also dann könnte ich mich wenigstens irgendwie bewegen, weil ohne die Teleportation wäre das richtig Schmutz. Das wäre wirklich scheiße, ohne Teleportation bis zu. Da wäre ich schon 20 Mal reingefallen, oder glaube ich. Gefühlt. Nein, 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 nein. Weißt du es jetzt? Ja, passt. Darf ich jetzt eine hupfen? Passt. Komm her, du Wechser. Komm her, komm her, komm her, du Huren, Alter. Hammer meine Blitzerchen. Alter, der ist weg wie die X. Alter, schau dir den an, Alter. Schau dir den an, Alter. Dauerhaft Flammenwurfe und tschüss, Baba, mit ihm. Alter, der ist wirklich schon fast die Epistippe. Ja, ja, kann man schon was anfangen, kann man schon was anfangen. Ohne, dass ich da die Spezialfähigkeit aktiviert habe. Äh, schon was da noch ist, da ist. Mal wieder viel zu schnell erledigt. Mashallah. Ich würde mal sagen, auf zum nächsten Kapitel. Kapitel 3 ist am Start. Mashallah. Aha, ja, ja, gib einfach mal her. Gib einfach her, was du hast. Gib einfach her. Aber finde ich es eh gut, dass ich es jetzt schon sagen, bei manchen Spieler, dass ich jetzt schon sagen, herrscht. Es ist gerade mal Anfang des Jahres, aber wir unterblassen es jetzt schon nicht. Wir verschieben es lieber jetzt schon. Und wir wieder denken, oh, ich da. Okay, wenn wir sagen, okay, wenn ein halbes Jahr im Voraus, kann ich es mir gut vorstellen, aber die müssen ja unweit hinten nach sein, mit der Produktion oder mit der Planung oder sonst irgendwas, weil, wenn ich das jetzt schon wissen, auch bei Lost Legacy, die wären wahrscheinlich irgendwie so halbherzig. Halbherzig will ich jetzt auch wieder nicht sagen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, die wären schon einen gewissen Vorschritt gehabt haben vom Spiel. Auf alle Fälle, weil sonst könnten sie ja nicht so viel herzeigen. Dann haben sie sich da gehabt, oh, so viele feiern das Game. Wenn wir das Kacke rausbringen, dann wären wir gefickt. Ich vergiss auch jedes Mal, dass der Haverer da am Start ist, gell? Dass es gerade einmal die Aufwärmrunde war. Vergiss nicht jedes Mal den Blumen. Ja, kleine Minivolke, nice. Ja, fliege mal wieder in der Luft, Alter, du kleiner hässlicher, du. Ah ja, voll. Geht ja wieder nicht. Da hätte ich mir gedacht, dass das funktioniert. Gorscht. Okay. Jetzt ist es ein bisschen schade, wenn er gut ist. Dass ich mal wieder keinen Schaden machen kann. Jetzt muss ich ja wieder die ganze Scheiße wieder gut machen. Gibt's ja nicht. Gib'em, Alter, gib'em, Alter. Gib'em. Warten. Warten. Ja, das ist was. Das war jetzt aber ein schöner Fail, Alter. Boah, das war jetzt aber viel zu früh, Alter. Bist du deppert. Das war richtig los. Geh' auf. Hm, irgendwas drehefischer. Irgendwas drehefischer. Gebe, Alter. Gebe, gebe. Gebe, bloß. Ah, ich hab' mir schon gedacht, dass es funktioniert. Ich hab' mir schon gedacht, dass es funktioniert. Scheiße. Gebe, du Huren, Alter. Hast du fast nicht... Oh, vielmal zumindest. Du hast bald nix mehr. Nein, das ist auch nicht noch. Das ist auch nicht noch und dann ist er gekriegt. Ja, dann kann ich ein kleines Dauer auf. Dann kann ich ihm wirklich Dauer aufgeben. Mal schauen. Ich warte aber ab, bis er mal wieder am Boden der Tatsache ist. Damit ich ihm so richtig schön ficken kann. Aha, 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 safe. Schön gemacht. Schön gemacht. Wirklich schön. Huch, huch. Es war wieder zu langsam. Aber er hat es mich eben auch gemacht. Klappchen, easy Nummer. Easy Nummer. Einfach voll easy. Gebe bitte. Es war nix. Es hat so ein bisschen länger gedauert, aber im Endeffekt. Eine Witzfigur. Ja, schleicht dich. Ist eh besser. Ist eh besser für dich. Ja genau, jetzt komm es eh wieder am Schluss. Ist eh klar. Wenigstens einmal, einmal, wäre super, wenn ich mir helfen könnte. Aber nein, 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 dauernd. So scheiß ein Geniebuehner. Würde sagen, wenn man 45 sack, sollten sich vielleicht einmal wieder in den Turm reinwagen. Meiner Meinung nach. Obwohl wir jetzt schon in den Turm reinstellen könnten, aber mit zwei oder drei sind. Das sind nicht oder was kummern werden. Es war sie nicht. Probieren können wir uns aber. Da ist aber was weder gegangen. Bist du deppert? Sieh ich mich schon drin. Warte, was steht da? Geschwindigkeits... Ne, ne mit des. Besser, scheiß auf Geschwindigkeit. und den holen ist besser steppchen könnte verbessert werden steppchen könnte wirklich verbessert werden warte ich lieber auch noch nicht viel das gleiches kriegt das schade fast nicht wort drauf ich warte nur drauf fest was ich will jetzt gerne mal jetzt schon den kaos tun aber nur begutachten nur mal begutachten mal schauen ob der wirklich marschalli ist auch jetzt schon glaubst zwar eher weniger dass der jetzt schon geil sein wird aber probieren steht über stoppieren ok ja aber das ist wahrscheinlich angepasst an meine stufe das ist safe angepasst anders kann ich mir nicht vorstellen dass es jetzt schon geil ist dass der jetzt schon so gut abliefern kann kann ich mir nicht vorstellen man darf auch nicht unterschätzen er hat gute fähigkeiten muss man schon sagen er hat gute fähigkeiten erst recht wenn wir da unsere spezialfähigkeit haben weil da zahlt sich wieder der blitz super aus aber auch die kugeln die kugeln zahlen sich auch top mäßig aus ja ja kommen sie kommen sie kloppen kloppen bier kummern sie oder bitte hereintreten bitte hereintreten kommen sie kommen sie ticket zahlen sie mit ihrem blut dann passt es ja es erinnert mich wie das arschloch von meiner ex alten komisch ist vielleicht auch noch eine vermutung also sonst nur so zwinker zwinker lass mich da mal der hat ja verkifft mit dem Huhn er tut schon ein kifftln das ist ein wahnsinn er kommt sie na kommt sie werden dann schon wieder in dem blitz sein hat man einen Tag gehabt da drin war schön warm angenehm haben wir nicht geholfen ein bisschen geputzelt hat es was ihr wisst aber definitiv nur für die Gegner na da da kommt schon was zusammen da kommt schon was zusammen bis du treffert he he 33 mashallah würdest du sagen so 5 sehe ich mich sicher schon drin wieder bei 5 so wie die scheiße ich hab mich nicht gespendet gell ach wie kann man so lost sein ach schmutz 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 das muss ich da irgendwie verstärken machen können aha ja ja ich hab schon gesehen gehabt ich hab schon gesehen gehabt gerade die Waffe gerade die Waffe wäre nice gerade die Waffe kommt nix wenn er will ich auch mit der Verteidigung weil so füßt ist jetzt auch wieder nicht da ist schon lang nix mehr dazukommen das muss man auch sagen ein paar Champions na dann let's go also wenn ich da eben nicht erwischt dann weiß ich auch nicht also nur den anderen Champion na dann ist ja noch einfacher wenn ich nur den anderen Champion erledigen soll ich einfach nur ein bisschen gezielt und tschüss lebensmäßig geht's bergauf aber bergab aber auch nur weil ich hier stehen bleibe das ist wirklich weggefickt okay bitte scheiße dich nicht an scheiße dich nicht an du Huren alter ist ein Wahnsinn mit ihm wo ist denn einer Huren ah da ist er haha servus 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 ja 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 schaut gut aus schaut gut aus was gma 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 weinmal weinmal gma 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 gegrat gasp gma gma zub Fickerei des Todes. Yep, definitiv Fickerei. Aber dadurch, dass da so relativ viele am Start sind, ja, bleib ich da richtig schön hängen. Richtig schön hängen geblieben, aber richtig schön. Moin Digi, Servus Christi. Alles Paletti, wie geht's dir so? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hab mich schon so sehr auf das Wochenende gefreut. Wahnsinn, Wahnsinn. Und endlich einmal eine Woche, einmal wieder seit lang, wo ich wirklich viel zocken kann. Wirklich viel. Auf das hab ich mich schon wirklich gefeilt gehabt seit lang. Okay, wieder ein Champion. Let's go. Wo ist denn der Huren? Ist du schon hier, oder was? Der Champions. Irgendwo, irgendwo muss da einer sein. Ja, wo ist denn der Huren? Was sind denn noch immer nicht blicken lassen, oder was? Oder Angst, oder was? Na, okay, vielleicht dauert's noch. Vielleicht dauert's noch. Vielleicht dauert's noch. Vielleicht dauert's noch bis der Kunt. Warte, machen wir mal die ganzen kleinen Lüchse der Meier. Vielleicht kommt er da an. Ja, na, ja, keine Ahnung. Ja, na, warte, ist es? Nein, ist es auch nicht. Jetzt hätten wir doch gehabt, dass wir jetzt hätten wir haben. Ah, irgendwie... Ja, 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 da haben wir ihn, da haben wir ihn, da haben wir ihn, jetzt ist er endlich dazugestoßen. Na schau, na schau, ziehen wir ihn an, den Wichser. Brenne, Batsch, Brenne. Du Mortal Kombat Wichser für Arme. Gar nix? Gar nix rausgefallen, ne, hoppala. Aber wir haben es eigentlich relativ gut geschafft gehabt, da geh er uns weiter. 10 Champions, noch legt mir mal schon. Das sollte man... Ja, das kriegt man hin, das kriegt man hin. Ein bisschen fokussiert auf ihn und tschüss. Das kriegt man schon hin. Ja, komm her, du Huren, oder komm her, oder wehe dir. Warte, zeig mal dir. Aha, okay. Bist du, oder? Bist du, oder? Bist du, oder, geile Fähigkeit? Zeig mal dir. Alter, leg mich am Arsch. Gefühlt überpower, das fuck, oder? Leg mich am Arsch, das war jetzt geil, oder? Hattest du dann einmal wirklich irgendwie gesehen gehabt, dass der irgendeine Fähigkeiten auspackt hat, aber das war trotzdem geil. Hauptsache, sie haben Schaden genommen. Um das Zehnfache gefühlt. Yes, um 35. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Ja, wieso habe ich nie was rausgekommen. Ich würde sagen, 35. Dann machen wir gleich mit unserer Geschichte weiter, sonst sind wir da gar nicht mehr fertig. Ah, da haben wir eh viel Schmutz. Zack, 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 zack. passt da kann ich mich noch immer entscheiden ob ich da doch was anderes nimmt was und noch dazu ein tschüss über 30 schon wieder wo es weiter kann ich schon wieder was weitergang ich hätte wirklich erster spenden sollen und dann ist die gehabt das ganze das komplett versammelt aber was ich sag dann meiner meinung dann klar geben muss aber auch dazugestehen wir sind ja noch nicht maximal level das ist nur immer ein bisschen herumtragen im endeffekt hauptsächlich fast nur gestiegen mehr ist eingeneit weitergegangen es tut weh es ist es tut wirklich weh gefühlt ist wirklich nichts weitergang okay die eine fähigkeit könnt man kontrollieren gehen da ist noch ein bisschen was weitergegangen die tiermanipulation ich nehme mal an die dinge heißen alles so ja ja genau das ist das gefällt mir dann dann teleportation jo wieder in den wald mit